In Norwegen, zum Beispiel eine Geschichte, über die wird es kurz Bericht erstatten, da gab es ein Spiel und da war einer ganz genau, der war da mächtig unter Druck. Die norwegische Idylle trügt. Sundal gegen Sundal ist ein Pokalspiel, ein wichtiges Match. Es geht um alles. Ausgerechnet Urlaub, Korre, Fiske. Der Torwart von Sundal, ein Problem. Das dauert. Verlängerung, Seitenwechsel, keine Pause. Eigene Gelegenheit für Urlaub, Korre, Fiske, sein Problem zu lösen. Es muss, beziehungsweise er muss. Und Urlaub, Korre, Fiske, das schaffe ich schon. Und der Stürmer denkt, das schaffe ich auf jeden Fall. Das ist vorbei und weil es ein Pokalspiel war, das ist 0-1 ausgegangen. Die Mannschaft verloren, er müsste eigentlich ein trauriger Mensch 2000 sein. Korre, Fiske sitzt bei uns in der ersten Reihe. Herzlich willkommen, trotz alledem. Das war jetzt der Grund. Schwaffe blad, einfach zu viel getrunken vorher. Tror du aldrig, ich bin ein bisschen, 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 ich bin ein bisschen länger. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen.